Heute werde ich mal so ein richtig geiles Topic machen für meine Oatschüssel, also meine Haferflocken, wo ich mal so einen Riegel drauf haue. Aber das kann man auch etwas cooler gestalten, sage ich jetzt mal. Aber das seht ihr gleich. Ihr braucht nur diese drei Zutaten. Cornflakes, Kokosöl und Kinderschokolade oder eine Schokoladensorte eurer Wahl. So, als erstes gebt ihr hier die Kinderschokolade. Und das Kokosöl gebt ihr alles in eine Schüssel. Vier Stück sind so 50 Gramm. Und so 10 Gramm Kokosöl. So, das verrührt ihr hier jetzt noch etwas, dass keine Brocken mehr drin sind. Das war jetzt so vielleicht zwei Minuten drin. Jetzt gebt ihr hier 30 Gramm und ein Kornfleck dazu. Jetzt wird das Ganze hier noch mal verrührt, vermischt. So, das Ganze verteilt ihr jetzt weder auf dem Backblech oder irgendeiner Form. Das Ganze lasst ihr jetzt noch kurz abkühlen und dann kommt es in den Kühlschrank für eine Stunde. So, jetzt für eine Stunde im Kühlschrank. So, fertig. So, die löst jetzt hier. Ey, ich habe die schon probiert. Das ist killer. Richtig killer. Der absolute Wahnsinn, Leute. Ich verspreche es euch. Ihr werdet durchdrehen. Das gibt jetzt die Bombe auf eurer Oatschüssel. Ja, ich blende nochmal die Zutaten ein und ihr habt ja gesehen, ganz easy zuzubereiten. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen. Wir sehen uns.